Endlich hat mein Wecker um Viertel vor drei geklingelt. Ihr wisst, ich stehe sehr gerne früh auf. Besonders, wenn ich weiß, dass ich meine Bude fresh and clean for the weekend machen kann. Und es war sogar der 1. Dezember, das heißt, ich konnte endlich meinen Adventskalender aufmachen. Noch ein Grund, gerne aufzustehen. Ich liebe den Dezember. Hat mich natürlich wieder vor dem Putzen geschminkt, weil auch zum Putzen wollen wir flawless aussehen. Und dann konnte es endlich losgehen. Eigentlich wollte ich an diesem Tag bis 3 Uhr ausschlafen, aber ich hatte sehr viele Sachen zu tun, deswegen dachte ich mir, eine Viertelstunde eher schadet nicht. Leute, guckt mal bitte, wie dreckig wieder mein Waschbecken war. Ich verstehe es einfach nicht. Aber dafür macht es umso mehr Spaß, alles sauber zu machen. Es standen auch wieder die Abflüsse an, Freunde. Einer meiner Lieblingsaufgaben. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie oft ihr eure Abflüsse reinigt. Ich mache das so circa jeden Monat. Und es ist immer eine Katastrophe. Heute wollte ich euch einmal zeigen, was immer so in meinem Teppich drin sitzt. Der Staubsauger war komplett leer und danach einfach voll. Es ist so eklig. Kleiner Reminder, eure Teppiche abzusaugen. Danach habe ich mich angezogen. Und dann immer direkt abzusaugen. Und dann glaube ich, es ist mir einfach so. Und dann schreibt mal, was die erste Mal dabei.